Wohl doch eher Dampf und Diesel trifft Kohle. Der kurzfristige Ausfall von 44, 25, 46 zwingt zum Improvisieren. So leistet 112, 708 Vorspann. Der Kohlewagenzug ist auf der Strecke Zeitz-Gera unterwegs. Für die vielen Fotofreunde ist ein kleiner Abstecher bis nach Wetterzäube eingelegt. Zurück geht es dann über Zeitz und Tröglitz zum Kohlekraftwerk in Mumsdorf. Markant sind bis heute die Formsignale, die dem Bahnhof Zeitz ein wenig Vergangenheit verleihen. Sollte die Vögel mit dem Bahnhof Zeitz-Gera. Und dann verleihen wir ihn an, dass er das gleiche öffert. Sollte die Vögel mit dem Bahnhof Zeitz-Gera. Sollte die Vögel mit dem Bahnhof Zeitz-Gera. Sollte die Vögel mit der Vögel mit der Vögel mit dem Bahnhof Zeitz-Gera. Die Leipziger 52 81 54 muss den langen und schweren Zug schleppen. Rund 2000 Tonnen hängen am Haken. Planmäßig sind die Kohlependel Proven-Wumsdorf mit Class 66 Dieselloks gespannt. Der schwere Zug müht sich durch das Stadtgebiet von Zeitz. Rund 2000 Tonnen Alleine könnte die Reku 52er den Zug nicht bewältigen. So muss 112 708 am Schluss nachschieben. Trotzdem ist es für die Dampflok eine Herausforderung. In Trüglitz muss der Zug der Steigung anfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neben den planmäßigen Kohlewagenzügen ist auch ein Personenzug unterwegs. Zwischen Däuben und Wetterzäube pendelt 651049 mit einem BGHB-Zug. Die 651049 ist heute die letzte Betriebsfähige ihrer Baureihe. Eins gab es 95 Stück von der Neubau-Dampflok, die in den Jahren 1954 bis 1957 auf die Gleise kamen. Gleich nach dem Umsetzen macht sich der Fotopersonenzug wieder auf den Weg. Die Gleise kamen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einfahrt in den Bahnhof Wetterzäube Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich nach der Ankunft wird umgesetzt. Der straffe Fahrplan muss eingehalten werden. Leider laufen im Jahr 2011 die Fristen für 65 C49 ab. Ein weiter Betrieb der großen Tenderlok aus Badelsberg ist noch nicht sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020